Hallo, oder besser gesagt ein herzliches Hola aus Kito, der Hauptstadt Ecuador. Es war eine lange Reise, aber ich bin jetzt unendlich angekommen und was ich so alles auf der Reise erleben werde, das erzähle ich dir Stück für Stück in Fotos oder kurzen Videos, je nachdem, was das Internet so hergibt. Und ich freue mich, dass du dabei bist. Also, in diesem Sinne, bis bald und viel Vergnügen bei den ersten Bildern. Bis bald. Bis bald.